hallo und herzlich willkommen zurück ja wir haben ja in der letzten folge und dem bombenangriff hier überlebt in unserem luftschutzbunker und jetzt wollen wir mal schauen wie das medikamente kaufen haben wir irgendwas hier vom geheimdienst ne haben wir nicht gibt uns freien zugang zu einer fabrik oder einem industriegebiet brauchen wir zugang mal schauen eine waffenlieferung beobachten haben wir irgendwo eine mission mit zugang also da brauchen wir erstmal nichts geld haben wir das und das wir können auch jetzt noch gar keine flugbretter drucken schauen wir ob man unterschlupf für die gutmanns finden gefahr ist natürlich hoch soll man es riskieren oder soll man es nicht riskieren geld mitnehmen kommen wir riskieren das jetzt einfach mal so werden wir schon sehen was hier rauskommt dann schicken wir ein um spenden zu holen haben wir noch irgendwas mit spenden wegen einer gruppe zuweisen und dann die aktivitäten der wehrmacht beobachten schauen wir mal das hier an ob sie da ein glück hätte werden wir jetzt auch mal probieren auch wenn es jetzt rötlich wäre also rötlich ist aber wir probieren sie sind natürlich wichtige ziele dass wir hier auf der karte auch mal weiter kommen so vier unterstützer verloren jetzt bin ich natürlich gespannt was jetzt hier passiert sie hat es geschafft also es muss ja nicht immer heißen nur weil es jetzt rot ist dass es schlecht ist ist halt zufalls prinzip entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht müsse halt jetzt auch noch klappen das wäre toll jetzt und es klappt schaut hin was ist mit ihm hier naja also wir haben jetzt unterstützer 11 dazu bekommen moral plus 10 es ist ermordet 14.000 zivilisten in der ukraine proteste gegen euthanasie erfolgreich die wehrmacht besetzt talen im heutigen treffen besprechen wir den krieg ruht rat gesagt vielleicht wird er kürzer sein als wir denken kürzer weil die alliierten so mächtig sind nicht ganz aber hitler greift in alle richtungen an polen und frankreich aber auch großbritannien und jetzt sogar russland kann die wehrmacht erschaffen also ich denke also ich hätte früher bestimmt gedacht dass die wehrmacht nicht zum aufhalten ist mit zu schnellen siegen an allen fronten fürchte ich dass man sie nicht aufhalten kann also wir könnten müssten jetzt eigentlich die wirklich schon mal wegschicken hier eine wehrmachtsuniform stehen sehr hoch gefahr wenn wir die mal hier rein tun wollen wir jetzt eigentlich erstmal nicht riskieren geld 142 ja dann werden wir die jetzt trotzdem erstmal wegschicken dass die hier von ihren punkten her wieder runter kommen du willst ja bitte spenden zwangsarbeiter überzeugen farbe kaufen ne das schaut mies aus probieren mal papier kaufen da wird er besser sein zu weisen ja so sind und ist unsere untertauch aktion fast schon wieder das geld hier drin 22 30 einmal ausgegeben perfekt juden müssen gelben stern tragen französische geißeln hingerichtet ghetto in venius ich merke dass wolf schuld heißt heute abend etwas auf der seele liegt ich erkundige mich was los ist er entgegnet die situation zu hause ist schwierig es geht um unseren sohn ist dein sohn in schwierigkeiten nein naja nein sagt wolf er ist krank ach ist er krank das ist nicht das problem sagt wolf er wurde eingezogen und kämpft jetzt an der westfront vor ein paar tagen habe ich mitbekommen wie meine frau für einen schnellen sieg für unsere soldaten gebetet hat wie hast du reagiert nun bin ich wütend geworden liegt da das problem ja wir haben uns gestritten ich kann es einfach nicht ertragen dass irgendjemand geschweige denn meine eigene frau den schnellen sieg der nazi sehr beiwünscht und sie kann es nicht ertragen dass ich nicht alles opfern würde um unserem sohn zu helfen am leben zu bleiben natürlich willst du dass dein sohn gesund nach hause kommt aber wenn hitler über ganz europa sieht will ich mir die folgen gar nicht ausmalen moral schaut auf jeden fall schon mal gut aus und unterstützer sind wir auch schon wieder bei 80 was haben wir hier lieferung an den secret service das ist keine karte dessen mit einem mission sie was hier kommt extrem natürlich wir möchten im britischen geheimdienst bei der zustellung von informationen helfen da werden wir natürlich überhaupt kein glück haben schaut mal an wo hier die gefahr schon ist jetzt werden wir dann trotzdem mal drei mitnehmen das lassen wir jetzt erstmal noch raus wir müssen jetzt langsam wirklich mal flugblätter drucken und zwar mal die raus wir nehmen jetzt die mal fürs geld die aktivitäten der wehrmacht beobachten keine chance keine chance überhaupt keine chance ne komm du kommst hier mit rein genauso wie er ihr zwei untersucht das jetzt hier mal zwangsarbeit überzeugen wenn man mit das natürlich auch schlecht da ist immer schlecht bücher schmuggeln dann haben wir hier vor bekaufen medikamente kaufen mit lieb benötigt bücher schmuggeln naja dann kaufen wir jetzt hier einfach mal farbe und was machen wir mit der guten dame hier ok dann kaufen halt mit ihr medikamente ein medikament nur 24 spendengelder ruht denkt dass sie gesehen wurde wolf denkt dass er gesehen wurde naja also bis jetzt hatte eigentlich alles ganz ganz gut geklappt deutsche truppen erobern schlüsselburg roswellt feuer frei premiere des films annelie hildegard maus sieht in letzter zeit immer müder und gereizter aus auf die frage ob alles in ordnung ist antwortet sie es ist mein junge er ist seit vier jahren alt er was er ist erst vier jahre alt aber er weiß bereits wie luftangriffs serien klingen und das schlimmste ist ich kann nichts ändern ich will ihm eine glückliche kindheit bieten genug zu essen und nette freunde und stattdessen muss ich ihm beibringen was man bei einem bombenalarm tut wir leben in schweren zeiten aber es ist nicht wahr dass du nichts ändern kannst du bist hier und kämpfst für eine bessere zukunft für deinen sohn das ist keine kindheit die du deinem sohn gewünscht hast aber es werden bessere zeiten kommt genau das wählen wir aus besten denke ich darüber nach was mit ihm passieren würde wenn ich getötet oder verhaftet würde sie sitzt eine weile steht da ich habe angst sagt sie es tut mir leid dass du dir solche sorgen machen muss ich gebe dir mein wort dein kind wird niemals allein auf der welt sein genau das nehmen wir sie schaut mich an und sagt danke ich hoffe nur dass bald alles besser wird so 76 wir müssen jetzt trotzdem langsam auf 100 unterstützer kommen hier haben wir parolen auf mauern schmieren was brauchen wir da da wird das gut da werden wir ihr das hier geben und stecken ihn dazu oder das immer extrem bei gefahr dass wir natürlich jetzt kein fordert haben verstehe ich nicht wenn man mit denen zwei auf jeden fall probieren so dann brauchen wir auf jeden fall dringend wieder vb abs gesehen da haben wir nämlich keine mehr farbe kaufen jetzt warte mal 23 ach so die haben wir schon das schicken jetzt nur mal sehen spendengelder papier haben wir eigentlich genug papier haben wir genug machen wir jetzt mal noch medikamente so hat funktioniert yes das war jetzt knapp hier aber wir haben es geschafft schon perfekt also jetzt ganz dringend wir müssen farbe kaufen 22 spendengelder und naja durchziehen kommen zwei nicht eine sondern zwei eine farbe ist verdammt wenig wehrmacht kämpft bei kiew keitel erteilt sühnebefehl spenden für die truppe das treffen beginnt mit schlechten nachrichten inka heller berichtet in der kasse fick geld ich möchte niemanden beschuldigen aber wir haben offensichtlich einen dieb unter uns alle schauen sich gegenseitig verwirrt an ruth radke vermeidet die blicke der anderen gruppenmitglieder und macht so allem missrausch ruth hast du uns etwas zu sagen nein warum auch du siehst nervös aus hast du das geld genommen rutscht auf dem boden und sagt dann leise ich wollte nicht stehen aber ich habe geld gebraucht um zu überleben es tut mir wirklich leid aber niemand hat bisher gestohlen warum hast du nicht einfach gefragt ich habe mich geschämt und ich habe auch nur wenig genommen ich wollte es zurückgeben sobald sich meine lage verbessert hat wir verzeihen dir es sind schwere zeiten wir geben dir eine zweite chance danke ich verspreche ich werde euch nicht mehr enttäuschen diese gruppe ist sehr wichtig für mich sagt ruth aber wie viel hat sie rausgenommen da haben natürlich jetzt überhaupt keinen überblick mehr vorbe kaufen vorbe kaufen gibt es keine option dafür doch vorbe kaufen du vorbe kaufen du vorbe kaufen und du vorbe kaufen und zwar dann mal ne tun wir doch die dazu bringt drei bis vier zuweisen wärmer machen dann spendengelder wo schicken wir uns dann heinrich hin es kann aber nicht sein dass wir wirklich überhaupt wir hätten wirklich das versteck hier einrichten sollen dass wir flugbretter drucken können die fehlern uns ja ja probieren was mit ihm mal hier bin ich gespannt auch wenn die gefahr zu rot ist ob wir das schaffen könnten wir werden es probieren so ein bisschen was wir müssen ja auch mal ein bisschen mehr probieren und nicht immer so vorsichtig sein drei farben so durchziehen 22 spendengelder so jetzt bin ich gespannt und zeuge na wir ziehen es durch was er es war nicht schwer die arbeit zum kampf gegen das regimen zu motivieren ja seht ihr ja haben es trotzdem geschafft ich gehe die blastela concorde hinunter und der himmel ist grau seit meinem letzten besuch in paris sind fünf jahre vergangen fünf ereignis reiche jahre die tiefe narben im gesicht europas hinterlassen haben die zeichen der veränderung sind von weiten sichtbar riesige hakenkreuz fahren an der fassade des hotel morris ich schaue auf den signierten zettel den mir feige in berlin gegeben hat der angegebene treffpunkt befindet sich in einer seitenstraße hinter dem hotel wir gehen jetzt mal hierhin diese ganze rumlauferei hat mich hungrig gemacht aber ich will nicht zu spät kommen haben sie dort wohl etwas zu essen oder sollte ich auf dem weg etwas kaufen in der nähe sehe ich eine bäckerei ja wir gehen jetzt mal die bäckerei wir haben hunger es ist ein kleiner laden der nach frischen backwaren duftet vor mir steht bereits eine schlange von kunden anstellen endlich bin ich an der reihe ich zeige auf ein croissant sage in meinem zweifelhaften französisch keine ahnung wie man das ausspricht und fische ein paar münzen aus meiner tasche als die bäckerin meinen deutschen akzent hört verdunkelt sie ihr gesicht lächeln mein lächeln scheint sie nur wenig zu beeindrucken alle gespräche in der bäckerei verstummen schweigen nimmt sie mein geld gibt mir eine papier tüte mit meinem croissant wendet sich an den nächsten kunden danke sagen ja wir sagen danke und wünschen einen schönen tag ich versuche mich so höflich wie möglich zu verabschieden aber sie reagiert nicht naja können wir nichts machen auf der straße esse ich das croissant und denke über das verhalten der leute im laden nach auf meinen deutschen akzent haben sie gleichzeitig verängstigt und wütend reagiert aber kann ich es ihnen übernehmen nein sollte dieser krieg einmal enden wird man uns deutschen jemals wieder ins gesicht schauen können ohne an die verbrechen und kräutaten zu denken die in unserem namen begangen worden sind wir gehen jetzt mal zum treffpunkt die rudi rivoli sieht fast so aus wie vor fünf jahren frauen mit modischen hüten und opernmänteln elegante männer in anzügen als wären alle auf dem weg zu einer großen dinner party sogar die deutschen soldaten die an den schaufenstern vorbei schlendern fallen kaum auf wir gehen zum treffpunkt ich biege um die ecke in eine kleine seitenstraße der ruhe der rivoli die holztür sieht und unscheinbar aus jemand hat ferme geschlossen mit greide darauf geschrieben ich überprüfe falks notiz ja das muss der treffpunkt sein klopfen wir mal klopf 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 das geheimsignal das folgen mir beigebracht hat nach kurzer zeit öffnet sich ein kleines fenster in der tür und ein paar augen schauen mich an und sie haben hat mich geschickt ich bin heinrich aus deutschland ich werde erwartet ja nehmen wir das ich kann ein geflüstertes gespräch hinter der tür hören bevor sie sich endlich öffnet es ist dunkel drin und ich kann niemanden sehen oder irgendwas erkennen komm schnell rein sagt eine weibliche stimme soweit ich es erkennen kann für für mich ein mann und eine frau durch verwinkelte gänge in einen gewölbekeller leere regale an den wänden deuten auf ein lager hin ich sehe eine ähnliche druckmaschine wie in berlin und eine offene kiste mit gewehren verpackt in sägemehl mitten im raum sitzt eine junge frau und richtet eine waffe auf mich wer bist du fragt sie falk hat mich geschickt bin hier um jemanden namen ja genau das nehmen dass falk mich geschickt hat sie nickt und senkt die waffe george für dich aus einer dunklen ecke tritt ein mann in robuster arbeitskleidung den wer war er ach so der britische journalist ist es trotz der schlechten beleuchtung und der tatsache dass er ohne seinen feinen anzug völlig anders aussieht erkenne ich ihn sofort kennen wir uns fragt er du bist ein britischer journalist wir haben uns hier in paris getroffen ich glaube dein name ist george wir haben uns vor fünf jahren getroffen ja machen wir das richtig du bist ein freund von claire und diesen kommunisten hannah und richard nicht wahr oder richard aber ich sage jetzt mal richard armer richard so vorhersehbar aber immer noch über aus traurig wie geht's was meinst du mit armer richard hast du nie hast du das nicht gehört sie haben ihn in spanien hingerichtet seine eigenen leute haben ihn während einer politischen säuberung erschossen ich verstehe nicht wie hannah noch mit stalinisten arbeiten kann sie und richard waren ja einmal ein paar davon hatte ich keine ahnung also du bist wegen fritz hier feige hat mir gesagt ich soll mich mit ihm hier treffen ich hatte gehofft jemand namens fritz zu treffen ja er ist in paris aber nicht hier er werde verrückt sich mit leuten aus dem widerstand blicken zu lassen aber claire kann ich zu ihm bringen eine dunkelhaarige frau kommt herein ich kenne sie es ist klar als sie mich erkennt umarmt sie mich und küsst mich auf beide wangen heinrich es ist wunderbar dich am leben zu sehen sagte sie schön dich zu sehen wir werden fritz in einer bar treffen die bei den deutschen beliebt ist wir können sie durch die tunnel erreichen folge mir bitte alles klar lass uns gehen claire geht voran es scheint als ob die keller von paris alle durch ein labyrinth von tunnel verbunden sind wie lebt es sich unter der militärverwaltung es ist schlimm sagt sie paris war immer ein zufluchtsort für menschen aus ganz europa die vor dem faschismus in ihrem land geflohen sind als die deutschen kamen mussten sie erneut fliehen wer auch immer geblieben ist kollaboriert kollaboriert jetzt oder ist untergetaucht im vergleich zum osten scheint es euch gut zu gehen wie behandeln euch die deutschen sie behandeln uns schlecht sagt sie die deutschen haben seit beginn der besetzung tausende verhaftet niemand weiß wohin sie gebracht wohin sie sie gebracht haben oder ob sie noch leben sie sorgen dafür dass sich niemand sicher fühlt auch in deutschland gemacht ja es tut mir leid hier sind wir sagt claire wir betreten vom keller aus eine kleine bar sie ist leer bis auf ein paar deutsche soldaten die in einer ecke sitzen warte hier sagt claire und verschwindet um mit dem barkeeper zu sprechen die soldaten rufen nach den kellner und bestellen auf deutsch mehr getränke auf ihrem tisch sammeln sich die leeren flaschen claire kehrt zurück zeigt auf eine kleine tür neben der theke dein treffen ist da drin bis später sagt sie ich betrete einen kleinen raum meine augen gewöhnen sich langsam an die dunkelheit und ich kann einen tisch erkennen dort sitzt ein mann in einer deutschen offiziersuniform der mir wortlos einen stuhl anbietet anfängt zu reden der frage mal sie müssen fritz sein sie müssen fritz sein sagte ich aber der offizier legt einen finger auf den mund keine name sagt er ich habe von ihnen und ihre gruppe gehört was sie im augenblick tun ist sehr wichtig aber was menschen wie sie in zukunft tun werden könnte noch wichtiger sein sagt er in der zukunft das regime zu bekämpfen ist wichtig aber es wird eine zeit nach den nazis geben es wird ein neues deutschland geben sobald titler und seine bande von kriminellen von der bühne verschwunden sind wie wird dieses deutschland dann aussehen was meinen sie damit was ich meine ist wer wird deutschland regieren wie wird deutschland regiert werden das sind die wichtigen fragen sagt er sind sie nicht ein bisschen optimistisch gegenwärtig besetzen den nazis mehr als die hälfte europas sind sie sicher dass dieses momentan die wichtigsten fragen sind nehmen wir das mit europa nichts für ungut aber es hört sich für mich so an als würden sie den tag vor dem abend loben sage ich sicher sagt er im moment bilden hitlers truppen eine linie von leningrad nach madrid aber was nach stärke aussieht wird bald zur schwäche werden woher wissen sie das vertrauen sie mir ich weiß bescheid in meiner position muss ich bescheid wissen ich versuche an seinen rangabzeichen zu erkennen welchen dienstgrad dieser mann haben könnte können sie mir das erklären sie haben sich übernommen deutschland war besser bewaffnet als vom rest der welt erwartet aber letztendlich ist es doch nur ein mittelgroßes land was ist mit den achsenmächten hitlers verbündete sind größenwahnsinnig genauso wie er sie werden ihn auch nicht retten italiens traum vom mittelmeer als marion nordstrom ach kommen sie schon schnaubt er der zenith ist bereits überschritten von nun an kann es für das reich nur noch bergab gehen aber es gibt immer noch ein problem er nimmt einen schluck aus seinem glas wenn wir die nazis von deutschland aus stoppen wollen brauchen wir die hilfe des militärs an einem putsch führt kein weg vorbei aber die meisten generäle sind hitler immer noch treu auch wenn sie sehen dass er das land in die katastrophe führt sagt er wenn sie das eingesehen haben warum halten sie nicht auf was ist los mit diesen leuten ja niemand ist warum warum sie es nicht einsehen falsche loyalität opportunismus angst vor dem was nach den nazis kommen könnte vergessen sie nicht dass viele dieser hohen militärs möglicherweise keine eingefleischten nazis sind aber sie haben reichlich vom regimen profitiert sagt er natürlich haben sie das ja stimmt er zu aber wir brauchen sie allerdings sind die meisten von ihnen auch keine demokraten sie hätten lieber eine neue diktatur als wieder so etwas wie weimar was wollen sie ich möchte dass hitler verschwindet und nicht durch einen anderen autokraten ersetzt wird deshalb möchte ich deutschland auch davon abhalten den weg russlands zu gehen sollten wir den krieg verlieren wie unter stalin zu leben ist auch keine wunderschönes wünschenswerte zukunft sagt er deshalb möchten wir unseren kreis gerne mit ihrer gruppe zusammenarbeiten aber sie müssen sich von den sovjets fernhalten sagt er wie kann ich behilflich sein im moment erstmal gar nichts setzen sie ihre arbeit fort aber die dinge könnten sich bald ändern und dann sollten sie bereit sein zu handeln mit diesen worten steht fritz auf und gibt mir die hand danke dass sie den langen weg auf sich genommen haben sagt er sie werden von uns hören claire steht an der bar wie war das treffen fragt sie gut denke ich vertraust du ihm gut denke ich schön sagt sie sie bringt mich zurück zum bahnhof wir verabschieden uns und wünschen einander alles gute im zug denke ich über das treffen nach hat fritz recht wenn er argumentiert dass der höhepunkt von hitlers macht überschritten ist aber was soll das heißen sind wir noch miteinander oder schon fast am ende was hatte sich mit diesem kreis auf sich okay wenn dieser kreis von dem fritz spricht wirklich existiert wenn es wirklich so viele menschen in hohen positionen gibt die bereit sind hitler zu stürzen warum tun sie es dann nicht einfach warum stürzen sie nicht warum lassen sie all diesen was was ist hier den kreistreffen ein mitglied des kreises treffen einer gruppe warum lassen sie all diese kreis taten geschehen wie viele menschen müssen leiden und sterben bevor all dies vorbei ist wo wer wird jetzt verhaftet heimrichtum wurde verhaftet sogar ich selber die moral der gruppe sinkt auf 61 sie kommen im morgengrauen diesmal warten sie nicht darauf dass ich ihnen die tür öffnen sondern sie drehen sie brutal kaputt probieren ob wir fliehen können ich versuche die männer weg zu stoßen und ihnen zu entkommen aber sie halten mich fest und werfen mich zu boden die männer lachen und halten mich fest sie reißen alle schubladen auf werfen den inhalt auf den fußboden und stoßen schränke um ich höre wie sie das geschirr in der küche zerschlagen dann kommen sie zu mir zurück was wollt ihr einer von ihnen schlägt mir ins gesicht halt die klappe du schwein er sagt du kommst mit zwei männer fassen mich von hinten und stoßen mich aus der tür während sie mich die treppe hinunterschleifen schlagen sie weiter auf mich ein wir bleiben bei bewusstsein ich versuche nicht unmöglich zu werden aber als sie mich in ein auto werfen wird mir schwarz vor augen ich wache in einer zähle auf alles tut weh die tür öffnet sich und sie bringt mir was die tür öffnet sich und sie bringe mich einen einen verhörraum ich werde an eine stuhl gefesselt und jemand reißt mir das hemmt von leib wir wissen dass sie ein spion sind wenn sie uns sofort verraten mit wem sie arbeiten wird diese sitzung für sie weniger schmerzhaft sein keine ahnung wovon sie reden warum sollte ich ihnen etwas verraten sie bringen mich sowieso um er peitscht mich ich weiß nicht wovon sie reden bitte aufhören bitte ich habe keine ahnung wovon ich weiß nicht ja ich habe keine ahnung wovon sie reden lügner schreit er er peitscht mich weiter bis ich das bewusstsein verliere ich mache wieder in der zelle auf ich versuche mich auszuruhen aber wieder bei bewusstsein quält mich mein körper es gibt keine körperlage in der der schmerz nicht unerträglich ist immer im kampf mit dem schmerz warte ich in der dunklen zelle bis sie mich holen was sie tun immer und immer wieder wir halten durch ich denke an meine lieben an meine freunde an meine mutter die mich liebt ich denke an die guten dinge die guten zeiten an damals als das leben schön war aufstehen sie geben mir die kleider zurück die sie mir bei ankunft abgenommen haben und schicken mich weg also wir haben es geschafft moral leider halb minus 27 die schlacht um moskau beginnt massenmord an juden in kiew bombardierung von hamburg ich habe das gefühl dass alle um mich herum verschwinden sagte die gabmaus während des heutigen treffens ich vermisse meinen bruder dein bruder ist verschwunden er nicht ganz er ist eingezogen worden und von heute auf morgen aus meinem leben verschwunden und so viele andere junge männer hat das gleiche schicksal erteilt bald ist keiner mehr übrig dass die junge männer hier hofft dass er bald wieder zu hause ist so jetzt mal ganz ehrlich wir hatten jetzt wirklich großes glück jetzt ist halt die frage ob wir so oder so verhaftet worden wären oder weil wir jetzt mit diesem deutschen offizier gesprochen haben und er doch nicht so auf unserer seite ist ja das wissen wir jetzt nicht ich hoffe wir werden das in der nächsten folge herausfinden ob uns einer reingeritten hat oder ob sie da mir von selber drauf gekommen sind werden wir sehen ich hoffe das erfahren wir schon in der nächsten folge dann bedanke ich mich für zuschauen bis zum nächsten mal macht es gut tschüss